Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute lernen wir das Lied Over in the Saints Go Marching In und heute spielt die linke Hand die Akkorde. Es kommen vor der C-Akkord, der G7 und der F-Akkord. In der rechten Hand spielen wir mit den Tönen C, D, E, F, G. Es gibt zwei Stellen, wo wir den Rhythmus besprechen. Ich spiele es euch einmal vor. G7, D, E, F, G. Ladet euch die Noten herunter, druckt sie aus und wer möchte, kommt her und spielt mit. Und, f-Akkord? D, E, F, G.